Hallo, ich bin Games2Marcel. Wir machen hier im Blattismo 7 weiter. Wir machen hier das nächste Menübuch, das wir hier probieren zu machen. Menübuch Nr. 37, Sammlung Rallye Auto der Gruppe B Wagen. Da haben wir diese drei Stücke hier zu Hause. Der Luca oder dieses Menü müssen sie Gruppe B Autos sammeln und die zeichnen. Alles, dass sie auf der Oberfläche benutzt werden. Mit anderen Worten, sie suchen nach allzeitigen Autos mit Leistung, die auch im Absatz der Strasse funktionieren. Ok, ich werde Ihnen mehr erzählen, falls Sie mit allen Drehungen zu mir zurückkommen. Für Glück. Ja, danke. Sammlung Rallye Autos Gruppe B. Und wir brauchen einen 7-Wesel. Doch mal. Ok. So. Nein. So. Wir haben die Elfte Platte von vorne. Wo ist denn sie mit den Wingsluss? Ja, also wir müssen hier. Ich habe sie mit den Wingsluss. Ach, das ist ganz schön. Sie müssen hier verkeitschlägen. Wir haben die Elfte Platte von vorne. Der Einwingsluss bräuchte ich es. Mit den Flüssen bräuchte sie mit dem einen Eintrag. Hier ist der 10. Platz, ich sehe nichts. Sorry, ich konnte nichts sehen. 9. Platz. Hier ist der 8. Platz vorne. 1. Platz vorne,해요. Bei 5. Platz. 5. Platz. Ich bin noch mal. 4. Platz. Ich sehe, er wird wieder ... ... so ... ... vorne. Das muss ausgerechnet sein. Wenn man quer muss, dann gleich dort. Die Band rein muss drücken. Ich sehe nichts. Boah. Du darfst so schnell fahren und mich nicht da abkommen. Okay. Okay. Die 8 Plastik. Da sind die 7. Da sind die andere Beine. Die sind schön. Jetzt greift sämtliche. Nicht zu fest verleihen. Ich muss noch ein bisschen betreiben. Ich habe die 5 Plastik. Schön. Was machst du denn hier? Gehen wir essen? Danke schön. Ich kann es nützlich ändern. Und schön. Umheben. Genau. 4. 4. Platz. Vorher habe ich mich so knapp. Wenn wir sehen. Nein. In die Band, du würdest fahren. Äh. Geh dir. So. Geh dir. Danke. Nein. Ich bin nicht fertig. Danke. Nein. Wohne sind die anderen Beine. Die sind auch drin. Ich kann es dir nicht nur versuchen. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, du vordere. Gib Gas. Komm, 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 komm. Du musst noch holen. Hey, da soll die Pferdkommertüge noch geschehen. Ah, nein, auch nicht. Komm, gib Gas! Oh, je, je, fies! Ich gebe ihn doch auch. Und schon nochmal halten und beschleunigen. Beschleunigen? Hey, hallo! Und jetzt, gib ihm! Gib ihm! Oh, da vorne ist der erste Platz. Komm, der Attack ist noch! Komm! Nein, das gibt es nicht! Nein, gib ihm! Was ist hier da vorne gewesen? Nein! Ah, fies! Richtig, 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 richtig! Erst! Erst! Nein! Wird das wieder kommen! Hä? Wir müssen das in diesen Ding ziehen. Ah, fies! Oh, komm, 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 komm! Boah, der Englertuch! Unschön! Gib ihm! Ich will ihn beschleunigen! Gib ihm! Hu! Hey, komm, 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 komm! Komm, gib Gas! Das Ding ist, äh, ist... Heischiefälle da! Ja! Ja! Ja, das ist ja nicht! Ja! Ja! So, komm, ich weiß! Ah, ja, ja, gut! Schön! Ach, grieft nicht! Noch ein Terrarütschen. Schön für den Fahrer, nicht so. Ich muss auch noch durchschrungen. Oh, jetzt kriege ich noch gut aus. Ist doch noch geschafft. Boah, wirklich. Er ist verplatt. Ich war knapp. 65.000 km. 60.000 km. Jetzt nehmen wir das schöne Auto. Sportquattro. S1. Pikis. Pierg. 87-Jahr-Gang. Okay, gibt es noch ein 2150-Jahr-Gang? Eigentlich gibt es noch. Schliessen wir gleich wieder auf. Läbel auf. 40. Okay. Kommen wir doch weiter. So, wir kommen mit dem. Wir wollen schon ein Gebeam. Ich gehe jetzt auf die Platte. Move. Und dann bin ich auf die Platte. Auf den Platte. Hupen, leck. Da ist der Platte. Ich gehe jetzt nichts. Ich gehe jetzt nichts. Ich gehe jetzt einfach nicht. Ich gehe jetzt nicht wirklich. Ich gehe jetzt einfach nicht. Es ist nur eine sauer Deste. Ich gehe jetzt etwas deutlich. Es ist ein wenig unfair. Ich gehe jetzt etwas deutlich. Ich gehe mit meinen Münstenbladen. Ich gehe jetzt auch in das Leere. Und ich gehe jetzt einfach weg. Und ich gehe dann weg. So. Ich gehe aber auch nicht, Christa. Auch nicht. Ich gehe auch nicht so. Nein! Oh nein! Nein, nein, Gott! Mit Gott! Nein, ich gehe es doch nicht. Ich habe noch nicht geflogen, ich habe noch nicht geflogen. Ah, ich habe noch nicht geflogen. Das ist mein Achterplatz. Nein! Uah! Nein, was ist das? Uah! Uah! Das ist ein Querdrein! Nein! Das gibt es doch nicht. Nein! Ich gehe noch nicht an den Querdrein. Das ist nicht nur mein. Die Handicap ist doch auch wirklich wie gemein. Ich gehe noch nicht an den Querdrein. Geht, jetzt. Oh, ich gebe ihn. Oh, nein, du bist der Engel. Du bist der Engel. Jetzt verplast. Hmm, die darf man immer nicht suchen. Ah, jetzt so. Zwei jetzt gerade. Aber beide kann ich überholen. Oh, da hängen noch eine Pfade. Oh Gott. Haha, ich kniefe sie aufs Dreck hinein. Nein, was ist das? Hey, gibt es das? Da haben wir ihn, schau. Ah, nicht, das ist der zweite. Was? Ach, das kann ich wieder. Ich drücke aber halt. Oh, gib ihm. Komm, gib ihm ein wenig. Greif. Das ist er. Oh. Das hat schon Kopf rein müssen. Ah, Mist. Ich fahre gut. Löt. Oh, da nicht schiffst du da. Oh, greif! Greif auch ein wenig. Sonst sollten wir ein wenig mehr greifen, wäre das noch nicht schlecht. Boah, hey hallo! Und lebst jetzt auch? Nein! Sonst gibt es nichts, wenn wir jetzt bis hin. Oder hier. Und gib ihm. Komm, 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 komm! Ööööö! Hast du hinten dran? Ja, das war schon. Tag. 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 Let's try it. So. Spür ich mich. Ah. Jetzt müssen wir die Seite abwärts. Die Gereichten hier. Jetzt haben sie auch hier gewonnen. Hier ist aber etwas nicht ganz gegangen. Vielleicht kann ich sie noch einfügen. Ich konnte es leider noch einfügen. Die Aufnahmen sind leider weg. Aber Schade heute. Tschüss. 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 Oh nein, ich habe eine Sala... Sput. Eine Sala. Schade. 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 So kann ich... ...eine Richter für diesen Zeiten. Sput. I Amazon, dann spieg Pues Paola. One Knie auf Engluter. Er wird einge Ocean Dom. Schadeha Trip. Oh nein, wir wurden doch Wentz mit Azi. Sommer auf der CG-Azi. Nein, ich muss brechen. Warum musst du fahren? Nein, nein. Wir müssen den 9. Platz überholen. Ich kann es nicht mehr runter bremsen. Wir müssen den 8. Platz überholen. Du bist ja doppelt. Ja, du siehst ja, dass ich den 8. Platz überhole. Blöd Mann. Du siehst ja, dass ich den 8. Platz überhole. Blöd Mann. Blöd Mann. Und gib ihm. Ja, was ist denn mit dem Gehen? Komm, gib Gas. Und gib ihm. Die Zeit muss man arbeiten. Komm, komm. Gib ihm. Hohohoho. Ruf den Karren. Komm. Nicht noch mal ein bisschen bis. Komm. Schau, jetzt kommt die Kaufgeschwindigkeit. Geht aber ab und zu etwas lang. Komm, komm. Komm, gib ihm. Mit Gas. Hey, hallo. Letztlich irgendwie ist es wie ein Sockenbett umgekehrt. Jetzt sollte er so schön beschleinigen und dann ist es vielleicht gar nicht für mich. Dann ist es so schön. Dann ist es so schön. Dann ist es so schön. Komm, komm, komm. Ziehen. Und bekleinigen. Komm. Gib ein bisschen Gas. Und jetzt. Komm. Jetzt kannst du ihm gehen. Jetzt. Komm. Voll Gas. Ja, hallo. Komm, gib ihm. Gib Gas. Es hält das so ein bisschen unfair. Aber äh. Ja, hallo. Komm, gib ihm. Gib Gas. Es hält das so ein bisschen unfair. Aber äh. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Und gib ihm. Rund verschleinigen. Ja, ich geb ihm. Ich geb ihm. Hier gibt es doch nicht. Ah, das ist jetzt knapps Rennen. Ich sehe. Nei. Komm, 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 komm! Und schön! Äh, da! Ja, hallo! Da, jetzt der Greti, jetzt komm ich mir gerne, komm! Nein, ich stehe nicht. Und gib Gas, gib Gas, komm, komm, komm! Nein, du glaubst nicht, ich hab nichts. Viel zu wenig, schade. Zweiter Platz hat man auch wirklich, haarscharf, wirklich. Aber dann haben wir kein Auto und gehen da vorne. Ich habe nur eine Silbermedaille im Pokal. Da gibt es 16 Susie Kreitz. Äh, da gibt es 16 Confirkinet, die gerade gefahren sind. Hier haben wir das schöne Auto. Ford Focus, Gruppe B, Rallye-Card. 450 Grammepunkt. 450 Grammepunkt. Ich denke, damit gehen wir zurück zum Luca. So etwas erzählen darüber. Ich drücke in den Kaffee. Und den Kaffee gehen. Es werden die drei Sportkerries. Oder ja, Gruppe B-Baggen. Ich habe die Rallye-Autos abgeschlossen. So. Hat es Glück gekonnt? Von Luca, sie haben ältere Autos. Damit ist ihre Rallye-Auto-B-B-Sammlung komplett. Falls sie ihr Ballon haben, kann ich ihnen eine Geschichte über das Auto erzählen. Ah, es gibt noch 4 Steiner-Tickets. Okay. Also Luca, erzähl nochmal. Okay, ich brauche Nummer 37. Gesamtlücke, Rallye-Auto-B-B. Rallye-Autos sind für Rallye gebaut. Das sind Zeitrennen, die auf öffentlicher Strasse. Statt zu finden, sie haben wie den Peugeot 205 T16. Flügel. Zwei. Ähm. Und dann auch die Quattro S1 Pickies. Beide legendäre Rallye-Autos sind in den 1980er-Jahren. Ihre Hochzeiten erlebt haben. Okay. Heute sind Rallye auf die ganzen Welt beliebt. Aber sie wissen es auch, wo alles begann. Nein. Durchgang liegt im Mittelalter in einem Ritual, bei dem nicht zu ihrem Herren Eltern. Rallye heisst Versammeln. Okay. Der moderne Rallye-Sport versucht ihr, im Automobil Zeit oder am Leben zu erhalten. Okay. Erster Rallye der Welt waren die Rallye Monte Carlo. In den 1911er-Jahren. Okay. Da habe ich auch etwas gesehen. Okay. Okay. Der Teil, der wir startet haben. Aus ganz Europa, um sich in Monaco zu versammeln. Okay. Alle bereiten sich schnell die... Ich bin sicher schneller über die Europa hinaus, als... Und es wird euch zu dem globalen Motorsport-Bibliothek heute kennen. Okay. 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 Da gibt es... Manchmal machen wir 38 Sammlung Ferraris. Okay. Ich glaube, da haben wir auch schon ein paar. Dann sehen wir uns nächstes Mal weiter. Ich denke, wir können beendet ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mir fertig, was euch gefallen hat. Dann sehen wir uns ein Abo da. Tschüss zusammen.